So, was geht ab? Hier ist euer Dellmann mit einer neuen Reaction zu KILOMATIK, langes Magazin. This beat is some hard shit, you know man. Geil, das gefällt mir jetzt schon. Sowieso KILOMATIK feiere ich unnormal. Seit seinem ersten Lied, ich habe ihn zu Tode gefeiert. Der ist andere Endstufe auf diesen Beats, weil der hat so eine dreckige Stimme. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Oh, Bruder. Oh mein Gott, man. Dieser Beat auf seiner Stimme, das kommt hart, man. Das kommt hart. Ich kriege nicht. Und der ist so schwir gerade, ey. Oh mein Gott. Der Typ ist echt krank, oder? Der gefällt mir. Also wie gesagt, zum Beat. Der Beat ist böse. Ich muss gleich gucken, wer den gemacht hat. Der Beat ist abnormal geil. Das ist so diese Straßen-Beat-Ghetto-Gangster-Rap-Beat. Und mit seiner Stimme, Kilometrics-Blow ist zu krank. Andere Stufe, ja. Boah. Und das Video ist auch so geil. Das ist so in diesem mäßig Wrong-Turn-Style. In diesem irgendwo Gefangensein und er zersägt dich. Du bist Doktor, bla bla bla. Geil. Und der Marock mit dem Mexikaner Stischer. Wie ihr wisst, ist Kilometrik ein Marokkaner wie der Ramo. Wie Marokkaner, Nordafrikaner. Ist ja neben alles. Jungs, aufpasse. Aufpasse, Jungs. Boah, man. Ich feiere das Lied schon. Seit der ersten Minute, ich feiere das. Sowieso, man muss massiv Respekt zollen für die Qualität der Jungs. Kilometrik, Ramo, Malo, Dab. Bruder, das sind alles harte, wilde Gangster-Rapper, sympathische Jungs. Ich feiere deren... Ich feiere deren Label übel. Das kam aus nichts. Und ist für mich einer der Top 5 Labels in Deutschland. Safe, man. Warte, das... Was? Kilo, Kilo, das soll ich hören. Mit dem Zahnhüttenflug, wie mein Brot, werde ich Pashisse los. Treff mich mit ner Wisch, ich sitze auf Party und date Drogen. Wütze ich vielleicht doch... Bruder, dieser Marokkaner mit Zahn hier in der Mitte. Der nimmt Palmal und Marlboro und steckt den hier in den Rang. Kennt ihr diese Marokkaner? Ich weiß nicht. Also, ich kenne das von Marokko. Die nehmen sich immer diese Lutschtabak und machen unten die Zähne und dann machen die... Nasty. Nachts sind die Jungs wie Nase auf Mitessa. Er hat auch sehr gute Lines, muss man ehrlich sagen. Nur damit ihr Bescheid fliegt, dass ich ein bisschen leise rede, weil meine Familie ist am Schlafen. Und kennt ihr, dass ich hab Angst, dass meine Mom reinkommt und die macht... What are you doing? Und ich mach so... I'm doing nothing. What are you doing? I'm doing nothing. Und diesen Moment will ich lieber nicht... Dass es passieren soll, ja. Ihr wisst was ich meine. Also deswegen rede ich ein bisschen leiser. Geil, also mir gefällt das. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Geiles Lied. Falls ihr das Original Video seht, checkt Kilometics. Kilomatik, langes Magazin. Falls euch meine Reaction gefallen hat, ich würde mich über ein Abo freuen. Ihr wisst... I want to grow with you, I want to grow with you old... You know, wenn ihr euch gefallen hat. Was ist Delmann?